Mein Name ist Jaime Casso, ich komme aus Peru und ich habe geboren um 3400 Meter hoch, aber ich bin jetzt in Europa ungefähr 21 Jahre, aber vorher in meiner Heimat, mein Papa hat auch die Heilung, meine Großhümer. Normalerweise in Südamerika eine Person von der Familie ist immer beheilig, eine Person, macht mit Tabak, mit Eier oder mit Masien, immer hilft die Familie. Immer habe ich gegangen, wo die Heilung war. Die alte Menschen haben gesprochen, gezeigt, die Geschichte und dann hat langsam, langsam geboren. Es war nicht so wie in Europa, ein Wochenende und jetzt bist du Heiler oder Angel oder Tarot und so weiter. Ich kann nicht sagen, ich bin in meinem Ende von meinem Weg. Es gibt so viele Möglichkeiten zu lernen und jedes Moment, jede Zeit kannst du weiter und weiter lernen. Und wann hast du deinen Lehrer getroffen? Ich war 21 Jahre und war so intensiv war und dann haben so mehr als zehn Jahre zusammen waren wir, aber intensiv war sieben Jahre zusammengearbeitet, Ceremonie gemacht zusammen und war jeden Freitag, die ganze Nacht, die ganze Nacht oder manchmal sieben Tag, sieben Nacht zusammen war im Wald, im Regenwald, in Berge, überall zusammen. Und wie hast du ihn getroffen? Also wo habt ihr euch kennengelernt? Ich habe geliebt in Ecuador und dann von einer Schülerin hat mir gesagt, heute ist eine Ceremonie mit Pepito. Ja, habe ich gesagt, ja, okay, ging in die Ceremonie und dann in der Ceremonie habe ich getroffen. Und dann hat er gefragt, kommst du nächste Woche? Ich habe gesagt, ja, klar. Und dann war bis heute immer in Kontakt und er macht immer Ceremonie. Ja, aber er kommt so wie eine Tradition von dem Vater und seinen Heilern. Ja, klar. Es ist eine Tradition von Kindern zu den Kindern, der Großvater und so weiter. Das Leben in Südamerika, es ist einfacher, du bist immer in Kontakt mit Natur, bist du immer in Kontakt mit den Heilern. Das ist normal. Wie eine Kinder ist krank geworden. Die erste ist, die nicht ins Krankenhaus oder zum Arzt. Nein, wir gehen direkt in den Heilern. Ja. Ab wann bist du Heilern? Das ganze Leben. Erstens, wenn du wirklich mit Liebe und Bewusstsein und Präsenz sprichst du mit diesem Mensch oder einfach siehst die Augen oder zusammen lachen, dann kannst du mehr heilen als ein Heiler. Heiler sein ist noch schwieriger als nicht heiler sein, weil wenn du bist du Heiler, du musst du Beispiel sein für alle Menschen und das ist sehr schwierig. Und dieses ist die wichtige Antwort. Wann kannst du Heiler sein? Du kannst du Heiler sein in dem Moment, wenn du nicht Schmerz oder Schwierigkeiten von den anderen Menschen machen kannst. Wenn du machst du Schmerz, Trauer oder schlechte Sachen und dann bist du Prozess von den anderen Menschen. Du bist die Tyran. Wir brauchen viele Tyran und dann können wir lernen. Dankeschön. Vielen Dank für deine Beorte. Dankeschön. Bis bald.